«Koi», drei Buchstaben, ein grosses Werk. Seit längerer Zeit gibt es das, im Werderberg natürlich auch anderswo. Und der, der bei mir ist, ist Markus Büchel. Er war von Anfang an dabei bei dem Kompetenzzentrum Jugend. Ich glaube, du warst zuerst auch im Lichterstadt tätig bei einem Jugendtreff. Das ist richtig. In der Jugendarbeit habe ich angefangen im Walzers, im Jugendtreff Scharmotz. Und Lichterstadt hatte natürlich viele Jugendtreff. Es hatte immer noch viele Jugendtreff. Wir treffen uns ab und zu mit ihnen. Sie sind natürlich auch viel mehr Jugendarbeitende. Sie sind dort ein bisschen besser gestellt als die Werderberger. Ich denke, in der Umsetzung kann man das wieder einigermassen wettmachen. Ich kann mich auch mal gut erinnern an den Anfang. Da gab es mal so ein Vorkommnis, das Grabs. Und ich kann mich erinnern, dass Ruedi Lippon mit einem Nachbauer zusammengehockt. Sie ging um die Töffchen, die die Nachbauer gestört haben. Und dann habe ich gedacht, hätte ich das moderieren sollen. Und ich dachte, oh, oh, oh. Dann habe ich in meiner Noten dem Hans-Rück Frick telefoniert. Das war schon einer von den Jugendarbeitern. Und er hat dann das moderiert. Und dann hat Ruedi Lippon gefunden, das sei jetzt so gut gegangen. Er hat gesagt, wie im Lichterstadt haben sie solche Sachen. Und aus dem heraus ist das eigentlich entstanden. Kannst du dich noch erinnern, wie es bei dir angefangen hat, dass man die hier fischen konnte in den Rhein? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe mit Hans-Jörg Frick in Palzers gearbeitet. Er war dort der Chef. Ich habe zuerst das Praktikum gemacht und dann die Ausbildung gemacht. Und als ich mit der Ausbildung fertig war, habe ich gemerkt, dass die Jugendtreffarbeit nur im Treff zu sitzen, das ist mir etwas zu wenig. Ich wollte auch mit Jugendlichen draussen arbeiten, in der Schule, in den Vereinen oder die Projekte wirklich umsetzen. Und im Jahr 2000 hat dem Buchs eine Stelle ausgeschrieben, die keine 60% Jugendarbeit waren. Und eventuell noch mit Wartau zusammen. Sie waren sich dort nicht so sicher. Und so konnte ich im Jahr 2001 mit 60% die Buchs anfangen. Und dort war ich in der direkten Gemeinde unterstellt. Wartau fand ich, ich will nicht in der zwei Gemeinden gleichzeitig. Sie sollen selber auch mal arbeiten. Also in Buchs warst du tätig? Genau, dort warst du einfach für Buchs tätig. Du legst mir Wert darauf. Du bist nicht einfach ein Jugendarbeiter, du bist Animateur, oder? Animateur, Animateur und Animateur. Dort lege ich grossen Wert darauf. So sind wir selten Amateur. Ja, genau. Animateur ist kein Animateur. Animateur, ja. Erstens kein Amateur und auch kein Animateur. Also ich bin nicht immer Club Med oder so. Ich könnte nicht, glaube ich. Aber wir sind Animatoren, sozio-kulturelle Animatoren. Und das heisst wirklich, dass wir Jugendliche in unserem Fall haben. Es können natürlich auch Kinder und Erwachsene sein, animieren, motivieren, um ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Das ist so ein bisschen der Grundsatz eigentlich. Da ist es für dich wichtig, dass etwas läuft und die Jugendlichen sich selber einbringen können, wo man eben auch etwas gestalten kann miteinander. Genau. Und das denke ich schon ein bisschen der Unterschied zum Liechtenstein. Wir sehen. Heute hoffe ich, es ist ein bisschen anders. Durch das, dass sie so viele gut ausgestattete Jugendtreffs hatten, und eigentlich nur den Treff, haben die Jugendlichen selber nicht sehr viel beitragen müssen. Also sie konnten hin und dort hängen, wie möglich hat der Jugendarbeiter noch das Kohlen ausgeschenkt und sie bedient. Und das ist mir zu wenig gesehen, weil die Jugendlichen selber auch aktiv sind. Und das habe ich nachher erlebt, als ich 2001 auf Buchs kam, dort ist man wirklich auf fruchtbaren Boden gestossen. Sie wollten selber repräsentieren, sie wollten einen Treff selber aufbauen oder leiten und managen. Und das ist das, was mir Spass macht und was ich finde auch wichtig ist, wo sie auch viel lernen können und profitieren können. Ich weiss nicht mehr genau, wenn es war, aber einmal haben sie doch noch eine riesige Frust erledigt, die Jugendlichen. Einmal ging man eher in den Promille, wo man für den Kulturkaffee wollte aufwenden, haben sie sich eingebracht, die Jugendlichen. Kannst du dir das nicht mehr erinnern? Es ist dann eben wirklich nie gekommen. Was du genau ansprichst, bin ich nicht sehr. Ich weiss, im 1999 hat man zu Buchs ein Büro von Innerschweiz geholt, wo ein Jugendleitbilder arbeitete. Ja, genau. Und diese haben ein relativ grosses Leitbilder arbeitete, mit etwa 300 Stellenprozent für die Stadtbuchse und 300'000 oder noch mehr Franken. Und das ging dann vor den Turnen. Dort wurde es relativ knapp abgelehnt. Die Jugendlichen brachten sich dort ein. Genau. Und ein Berufsschüler sagte mir, ich mache nie etwas, ich habe die Schnauze voll. Es gab die Buchse noch so. Es gab dort auch den Verein für Jugend und Freizeit, der das Jugendhaus hinterher geleitet hat. Und er hat sich im Folgedessen aufgelöst. Er sagte, wir haben keine Lust mehr, wir wollen es auch nicht weitermachen. Und auf jeden Fall hat man dann MIA angestellt, einfach der Gemeinderat in ihrer Kompetenz, ohne dass er es vor das Volk bringen musste, sondern nicht einfach die 60%. Und der Auslöser waren verschiedene Faktoren. Es war das, was du gesehen hast, die Leuchtensteiner. Weil es sind natürlich sehr viele Jugendliche aus dem Werderberg auch in diese Treffs ins Leuchtensteine gegangen, also die Charts von Dotz und Spalzers vor allem, wo dann die Treffs gar Buxer fast eingenommen haben, dass die von Dotzner selber nicht mehr gekommen sind. Und dann gab es die Homeboy-Szene noch, eine sehr starke Buxer, die es den Leuten noch gefolgt hat, an der Bahnhofstrasse. Weil die recht massiv und zum Teil auch bewaffnet auftaucht sind. Und das war ein bisschen der Grund. Es war eher ein bisschen negativ, auch behaftet, dass man gefunden hat, dass man etwas gegen die negativen Auswüchse der Jugendlichen machen sollte. Darum ist ja die Jugendarbeit auf fruchtbaren Boden gestosst. Man hat gemerkt, dass es den Bürgern etwas bringt, oder? Das hat man dann nachher von der Politik her sicher so gesehen, dass sie gemerkt haben, wir wollen diesen Ansatz verfolgen. Und ich finde, das hat das Bux sehr gut gemacht und die anderen Werderberger Gemeinden auch. Sie konnten dann einfach nur auf Repression setzen. Aber sie haben gemerkt, wir sind relativ spät in dieser Region in die Offenjugendarbeit gekommen, aber da haben sie dann wirklich gemerkt, wir wollen noch in diesem Bereich präventiv und fördernd auftreten und nicht noch repressiv. Das hat sich ja angeschaut. Braun gebrannt, aber es ist mir aufgefallen, in diesen sieben Jahren dabei, wir haben auch schon graue Haare bekommen. Ist das eine anstrengende Arbeit? Es ist sehr anstrengend. Es ist natürlich auf verschiedenen Ebenen anstrengend. Mit den Jugendlichen kann es auch sehr anstrengend sein, komfortend sein. Die brauchen die Erhebungen auch, sonst wäre es ja nicht spannend. Wirklich strengere Arbeit ist es immer eher mit den Erwachsenen, d.h. auf Behörden-Ebene, oder wenn es wieder geht, Finanzierungen zu sichern, oder etwas Neues wieder umsetzen. Das sind dann die Sachen, die noch einmal fordern. Und du bist ja Maschine, gell? Bei der Baustelle warst du dort, du machst Leitungsfunktion, und dann schreibst du dir die Halbjahresberichte? Das ist ein grosser Aufwand, gell? Er schreibt nicht ein. Du schreibst ihn nur? Genau, ich verschicke das natürlich die Jugendarbeitenden aus der Gemeinde selber. Und dann haben wir die Grabs-Jugendarbeiterin, die aber auch noch einige Stellen prozent für genau so Sachen wie der Halbjahresbericht und die Zeit hat er immer so gut gestalten und aufbereitet, dass er nachher gewässig ist. Und da sehen wir schon, das ist jetzt so ein Bild, das zeigt natürlich, da ist man nach bei den Jungen, da ist man zusammen mit ihnen. Genau, da sieht man jetzt gerade Arsim, der im Street-Soccer eine Finale wird das sein. Moment, das ist er, er da. Da mit dem schwarzen Pullochen. Was ist das? Ach ja, natürlich, er ist da. Gut, das ist ja ein bisschen unscharf. Also er ist jetzt Jugendarbeiterin? Genau, Arsim Haidarevic. Er arbeitet in Bucs zusammen mit Nadine. Ich bin selber auf der Front nur noch mit rund 30% tätig. In Bucs ist jetzt vor allem eben Arsim und Nadine, die mit den Jungen arbeiten. Street-Soccer, da sieht man, das ist ein sehr vielfältiges Projekt, wo verschiedene Jugendliche seit Jahren dabei sind. Und da geht es dann zum Teil auch noch lustig zu und her, mit Pokal und Anstoss und Züge und Sachen. Genau. Es gibt schon, auch wenn man es den Halbjahresbericht anschaut, haben wir es zum Teil vielleicht ein bisschen verzerrt Bild, also das ist jetzt wegen der Technik, die wir anwenden, mit Ipad und so weiter. Aber es zeigt schon, die Jugend, das heisst auch, sind Jugendliche ganz unterschiedlichen Alters, oder? Es ist ja so. Die Hauptzielgruppen sind Oberstufenschüler, Schülerinnen, aber wir haben immer wieder Projekte, Kinderbaustelle oder Ferienpässe, die wir in allen Gemeinden dabei sind, sind immer mit Primarschülern unterwegs. Und in der aufsuchenden Arbeit sind so ältere Jugendliche, da geht es so bis zu 25. Ich weiss nicht, dass es geht mir, es kommt nicht so gut aus dem Bild, ist das so die SDS, so ein Event, oder was ist das? Genau, das war im Jugendhaus, das war der Wiege gewesen, der Paul Schlegel wollte, dass wir etwas machen, für die Jungen auch. Vielleicht auch etwas aus familiärem Interesse mit seinem Sohnemann. Genau. Und da haben wir Lukas Gantenbein, der jetzt in der Schweizer Rap-Szene recht bekannt ist, hat dann auch einen Auftritt gemacht, ein Konzert gemacht. Und so gibt es in diesem Jahresbericht, einem Halbjahresbericht, muss ich sagen, aus jeder Gemeinde heraus etwas. Inzwischen hat sich das ja ausgedehnt, es ist längst nicht mehr einfach nur die Stadt Bux. Genau. Das ist eigentlich das Zentrum. Genau, Bux ist das Zentrum. 2003 wurde das COI gegründet. Es ist hier vor allem die Jugendbeauftragte, die damals in der Gemeinde zuständig waren, wollten das regionalisieren. Ich denke, Peter Sutter, ehemaliger Sekundarlehrer, war hier noch Gemeinderat. Er hat sich sehr stark engagiert. Und vom Konzeptionellen her durfte ich das dann zusammen noch mit Hans-Jürgen Frick. Und so konnte man es regionalisieren. Uns ist die offene Jugendarbeit, die jetzt in allen sechs Gemeinden ist, und die Schulsozialarbeit gehörte auch zu uns, einmal mindestens von den vier Gemeinden, die wir anbieten. Es steht auch zum Beispiel Jugendbüro Royal. Gibt es in jeder Gemeinde noch ein Jugendbüro? Ein Jugendtreffen oder ein Jugendbüro. Es sind ein bisschen verschieden ausgestaltete in den unterschiedlichen Gemeinden. Zum Teil sind es betreute Jugendtreffen. Im Royal ist Martin Herren. Er ist dann immer vor Ort, wenn die Öffnungszeiten dort sind. Aber es gibt auch Treffen wie das Goya, das die Jugendliche sehr viel selber machen wollen. Also die Barbetrieb und die Musik selber machen. Monika als Jugendarbeiterin ist zwar auch vor Ort, aber dort wird mehr auch noch Wert gelegt auf Beteiligung der Jugendlichen. Das heisst, in jeder Gemeinde gibt es noch etwas gesehen. Was macht man denn da? Tischfussball habe ich gesehen oder sonst Fussball. Dann heisst es, warte Gott, man vornehmt. Cineplex. Gibt es auch Ausflüge? Genau. Das sind Aktivitäten oder Projekte. Wir stellen uns bei allen ersten Oberstufen vor, was die offene Jugendarbeit ist. und dort können sie sie einbringen. Was ist das überhaupt die offene Jugendarbeit? Offene Jugendarbeit? Ich habe mich schon mehr gefragt. Warum es offen heisst, es gibt auch noch kirchliche Jugendarbeit. Also die evangelische und die katholische bieten auch Jugendarbeit an. Oder natürlich parteiliche Jugendarbeit. Das sind junge SVP oder junge CVP. Und wir sind offen, das heisst, wir sind vor politischer Gemeinde gedreht und sind so für alle Jugendlichen offen, egal was für eine Konfession, egal was für eine Herkunft. Und eben auch, egal welches Alter. Nur mal zum Zeigen. Da gibt es wirklich lässige Sachen, wo man sich da schminkt. Es hat für die Kleinen etwas, es hat für die Älteren etwas. Genau. Und das ist jetzt ein Projekt, das du sagst, gerade auch noch Spannendes. Das sind Kindergeburtstage. Genau. Das sind Jugendliche, die die Kindergeburtstage organisieren. Also es ist nicht Jugendarbeit, die das macht. Es ist ein bisschen daraus entstanden, dass Mädchen sich engagieren wollten und ursprünglich auch mal ein bisschen Geld verdienen. Inzwischen verdienen sie kein Geld mehr. Sie konnten einen Ausflug zu gut über, wo es mit Nadine etwas gemacht hat. In Wartau macht das. Oder Martin. Und das finde ich auch ein super Projekt, weil die Jugendlichen sich da engagieren, reinbringen. Sie müssen auch verbindlich sein. So sehr offene Jugendarbeit sind sie nicht sehr verbindlich. Aber wenn sie da natürlich einmal die Kindergeburtstage zugesehen haben, dass sie vorbei kommen, schminken, Ballonfiguren machen, dann muss das zu dieser Zeit klappen und diejenigen Mädchen dann auch vor Ort sein müssen. Und für Martin ist es zweimal angesprochen, das ist Wartau und Sevel. Also die spielen da noch ein bisschen umeinander. Also gerade eine so lockere Arbeit ist es eigentlich für sie nicht, oder? Nein, das ist eine grosse Aussenforderung. Wir hatten vorher mehrere Jugendarbeitende, zwei Gemeinden. Inzwischen ist es nur noch Martin, der für Sevel und Wartau zuständig ist. Und das ist schon eine Aussenforderung. Ja, weil natürlich wir vor allem mit der Freizeit der Jugendlichen tätig sind. Das heisst am Mittwoch, Nachmittag, Freitag, Abend und Samstag. Und dann kumuliert es das natürlich bei diesen zwei Gemeinden recht. Also organisatorisch ist das für ihn schon eine Aussenforderung. Dann haben wir hier zum Beispiel Einradtraining, Ferienpass Einradtraining. Das ist doch völlig etwas für dich. Du fährst selber auch. Genau. Lass die Drohnen hinterher fliegen oder wenn du die Drohnenbilder machst mit dem Einrad, dann macht die jemand für dich? Meistens lasse ich sie hinterher fliegen. Es funktioniert fast besser. Auch in Kürzberg oder wo? Genau. Stauberes war auch wirklich ein Solo-Video. Ja, ja. Es wäre nochmal ein anderes Thema, aber wir haben gemerkt, Drohnen zu pilotieren ist schon recht schwierig. Vor allem, dass man dann fliegen kann und die Aufnahmen gut würden, ist schon nochmal eine Schwierigkeit. Ja, ja. Einrad ist natürlich ein grosses Hobby von mir. Also die ganzen Zirkus-Geschichten und das ist schon ein bisschen etwas, wo die Jugendarbeit sicher möglich ist, solange es Jugendliche hat, die darauf anspringen oder Kinder. Ja, ja. Manipulieren kann man sie nicht und will man sie auch nicht. Aber wenn man ein Angebot macht und es wird wahrgenommen, dann ist das natürlich gut. Eben, es ist zum Teil auch sehr interessant. Die Babelsacker, das hast du gerade bis zu Seefallen, gell? Genau, das ist jetzt etwas Neues, was bei uns anfängt. Die konnten wir selber jetzt so anschaffen. Wie geht denn das? Gehst du dann da rein, und bläst du Luft auf? Man bläst sie auf, zuerst, und dann schläuft man sie ein. Dann klebt man sie ein. Dann klebt man sie ein. Und dann probiert man sie an. Dann probiert man sie zu schütten. Meistens geht es weniger um sie zu schütten. Bei den Jugendlichen, bei der Kinder vielleicht noch eher, aber bei den Jugendlichen ist es einfach lustig, wenn man den Hand rumschucken kann und schauen, wenn es dann durch die Halle rollen. Es ist noch spannend, wir haben es gemerkt, nur mit Jugendlichen, mit Buben, die halt ein bisschen brauchen, damit sie sich wieder einmal raufen können, ein bisschen sich spüren, ist das noch recht gut, ohne Verletzungen zu machen. Jetzt habe ich noch gesehen, es hat wirklich sehr viele lässige Bilder drin. Zwei, drei haben wir jetzt ja gezeigt usw. Aber was ich jetzt auch noch lesen, Sozioanalyse, das ist ja noch sehr theoretisch. Du bist einer, der ein bisschen, wie das etwas läuft usw. Du hast gesagt, Animator. Ja, genau. Jetzt habe ich es nicht langsam drin. Oder Animator. Animator. Ah, das geht für animieren. Jetzt hast du es kapiert. Ich habe ihn gerade gesehen. Ein bisschen grauere Haare. Jetzt habe ich es auch kapiert. Aber es wird dann auch noch etwas theoretisch, wenn man etwas nach aussen treibt. Während den letzten sechs Monaten hat die OIA in Zusammenarbeit mit dem Soziologen Florian Bäusch eine Sozioanalyse für die Gemeinde Sevelin erstellt. Was heisst das? Dort sind wir nachher gegangen, um zu schauen. Die Sozioanalyse haben sie mit dem Fokus natürlich auf die Jugend gemacht. Also was, wie lebt die Jugend in Sevelin? Was haben sie für Angebote? Wie nehmen sie die Angebote auf? Sie haben das mit dem Fragebogen einerseits gemacht und natürlich auch statistische Daten analysiert. Also wo sie halt vom Bundesamt für Statistik oder von der Gemeinde übergekommen haben. Und dann haben sie da relativ... Eben dadurch, dass wir... Florian Bäusch hat bei uns ein Praktikum gemacht im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprogramms. Das ist für uns auch immer wieder gut. Wir sind offen für solche Leute. Der hat uns nichts gekostet und er hat uns viel gebracht und wir konnten ihm einiges bringen. Er hat nachher eine Anstellung gefunden im Amt für Statistik im Lärkten stehen. Aber in dieser Zeit konnten wir das nutzen. Martin in Sevelin dort vor allem, um diese Sozioanalyse zu machen. Und dadurch, dass wir einen Profi in diesem Bereich hatten, hätte er das natürlich sehr fundiert machen können. Sozioanalyse... Und was resultiert denn nachher? Da ist es vor allem darum gegangen, zu schauen, ob die Jugendarbeit eine neue Ausrichtung haben müsste. Ist der Stampf, der Jugendtreff, wird der so genutzt, wie es eigentlich gedacht ist? Müsste man dort Anpassungen machen? In Sevelin war die Unsicherheit von der Kommission. Es gab die Jugendkommission nicht mehr in der neuen Legislatur. Dort wollte man zuerst die Kommission wieder neu konstituieren. Und der Jugendbeauftragte wollte, es war ein bisschen der Auftrag von ihm, dass man das genauer anschaut, was es überhaupt braucht. Ah ja. Eben ist immer eine Kommission. In jeder Gemeinde ist eine Kommission. Genau. Ich bin nicht der, der sieht in der Gemeinde draussen, was läuft, was sie arbeiten sollen, sondern dort sind schon die Jugendkommission zuständig, um zu sagen, wir möchten mehr in diesem Bereich oder in diesem Bereich. Von daher sind die Gemeinden weiterhin autonom und nicht vom Koi aus würden einfach sehen, wir machen das und das. Es ist eine schwierige Sandwich-Funktion. Genau. Sie haben viele Chefen, das ist so. Und man muss immer neu aushandeln. Wenn es gut läuft, ist es eigentlich problemlos. Mühsamer wird es, wenn es nicht so gut läuft. Das kann man nicht bevorstehen. Ja, genau. Wir hatten das am Anfang, als es dann noch personelle Wechsel gab. Gerade in Seefelen und Senwald waren so schwierige Geschichten. Dann musste man das wirklich mit den Gemeinden anschauen. Und man muss sagen, auch gehaltsmässig ist das berauschende Gehalt, den sie bekommen für die Anstrengungen, die sie unternehmen. Auch bei der schulischen Sozialarbeit habe ich festgegeben. Ich bin selber Lehrer und so. Es ist schon ein gewisses Logfeil, ob du jetzt Lehrer bist oder ob du jetzt eine schulische Sozialarbeit bist. Ja, es ist ein grosses Gefälle. Es ist schon so. Obwohl wir zum Teil auch Lehrerinnen, also in einem Fall in Seefelen haben wir eine angestellt, welche eine Lehrkraft wäre. Ja. Als reiner Engagement und Initiative das einfach macht. Aber als Kinder könnte man einiges mehr verdienen. Ich weiss nicht, was die Lehrer verdienen. Ich weiss es. Ich denke, es gibt Abstufungen im Lohn. Es sind auch in der Sozialarbeit. Aber die Jugendarbeiter sind sicher nicht die, die viel verdienen. Also auf einer KESP oder auf einer Berufsbeistandschaft verdienen natürlich mehr. Ja. Man hat vielleicht nicht so viel direkte Verantwortung. Aber wenn man die Arbeitszeiten zum Beispiel anschaut, dann gibt es nicht viel schwierigere Arbeitszeiten als sie wir haben. Ja. Und hier bist du ja selber, oder? Tage, wochenlang unterwegs waren selber auch? Das ist so. Die Kinderbaustelle ist ein Kind von mir. Jetzt mindestens zu Bux. Sie haben es natürlich auch ein Stück weit kopiert aus anderen Gemeinden. Das war nicht meine Idee. Ja, ja. Aber dort hast du auch selber aufgebaut. Aber zu Bux haben wir selber aufgebaut und ich bin dann selber auch vor Ort gesehen, weil ich ein gewisses Risiko dort hatte. Das war jetzt das, wo ich wollte wissen, wie es wirklich läuft. Mhm. Mhm. Und es ist auch etwas, was ich finde, sehr spannend ist. Und gerade wenn etwas neu initiiert wird, dann bin ich natürlich gerne selber dabei, zu schauen, wie es funktioniert und wie es läuft. Mhm. Die Jugendbaustelle ist jetzt eine Idee von dir und die ist wirklich besucht worden in diesen Ferien und auch nachher noch. Also von Kindergärtnern bis viele, viele älteren Kinder. Ja. Und schon vor dem Kindergarten ausgeschrieben haben wir gesagt, ich habe Kindergarten, aber es ist dann wirklich, dass viele älteren auch die kleineren Kinder schon gebracht haben. Das war nicht immer noch einfach. Aber wir hatten im Durchschnitt über 80 Kinder während der Ferien und nach der Ferien in Schulklassen und Kindergärten noch nutzen konnten. Genau. Und da hast du viele schöne Bilder drin. Ist das hier einfach ein Bild? Beim Regen hat es sich auch abgespielt, oder? Ja, genau. Wir haben bei jedem Wetter das gemacht. Das gehört auch dazu, dass man die Elemente ausspürt, dass man das Wetter ausspürt. Das ist ein Teil dieser Kinderbaustelle. Und dann war da noch ein kantonaler Jugendwettbewerb. Wettbewerb. Genau, der findet alle Jahre statt. Das ist jetzt im Flöss, oder? Im Flöss. Das ist ein Jugendprojektwettbewerb vom Kanton ausgeschrieben. Und der ist nachher auch intregional. Das heisst, die besten konnten das Finale zusammen mit Leichtensteiner und Vorarlberger. Man sieht das nicht so ganz genau. Die singen und rappen und spielen. Das ist die Schülerband, genau vor Oberstufe Graf, wo das Rahmenprogramm gemacht hat. Wir durften das Finale des kantonalen Wettbewerbs bei uns durchführen. Da waren wir einfach Gastgeber. Und dann konnten wir ein Rahmenprogramm machen mit Poetry Slam, mit Tanzen, mit Singen. Und es haben dann noch Projekte von uns mitgemacht. Es sind die zweiten geworden, der Jugendpark in Bux, wo dann noch den zweiten Platz beim interregionalen Finale gemacht haben. Und da haben wir wieder so einen Rat. Das ist jetzt in der Sportwoche, da hat sich das abgespielt. Genau. Das zeigt eben auch, wenn die anderen Ferien haben, dann müsst ihr natürlich. Das ist sicher ein Teil, ja. Und dass wir auch die Sachen wie eben Ferienpässe oder ganzerländische Sportwoche, wo wir gute Initiativen finden und nicht von uns sind. Aber die wollen wir auch unterstützen, indem wir auch Kurs anbieten oder dabei sind. Und die Sportwoche ist etwas, das sich lange schon bewährt und auch wichtig ist für die Region. Probleme bekommen, dann müssen wir uns vielleicht auch noch mal Grabs zeigen. In Munterdorf ist etwas wie das Streetsoccer, Quali-Spiel, oder? Oder haben wir hier zum Beispiel Ferienpass, Party für die Mittelstufe. Das gibt es dann eben oder? Ja, natürlich. Ferienpass ist auch wieder während der Ferien. Genau. Das ist Grabs in Herbstferien. Genau. Maligab, schon. Maligab, so, ja. Und dann heisst es da, das hat mir noch ein bisschen stutzig gemacht, die Suche nach einem Jugendraum, der als Jugendbürger auch tagsüber geöffnet und von den Grabser Jugendlichen genutzt werden könnte, ist in den vergangenen Monaten fortgeführt worden, bisher ohne Erfolg. Also, Grabs hat noch etwas tun, oder? Suchen denn etwas? Monika ist im Suchen, beziehungsweise die Jugendlichen sind im Suchen. Sie haben das Goya. Der Verein gibt es immer noch, das ist der einzige Verein, der in der Region noch tätig ist in dieser Form. Aber das Goya ist halt im Luftschutzkeller, das ist unten und unten. Das Disco ist lässig und gebrauchbar und nach wie vor seit Jahren. Aber wenn man schütteln, am Nachmittag oder Hausaufgaben machen oder ein Projekt organisieren, ist das nicht sehr eine gute Räumlichkeit. Dabei zeigt sich, dass die Jugend wirklich sehr engagiert ist. Also, da setzen sie sich jetzt für Meeresschildkröte ein, gell? Da musste ich schmunzeln. Weihnachten, jenste Themen sind rum, aber die Grabser Jugendlichen kommen mit Meeresschildkröten. Aber ich finde es super. Das haben sie innerhalb von zwei Wochen, die haben gefunden, das ist uns zu wichtig, das wollen wir machen. Haben Monika aufgebaut, darüber zu zeugen können, Marktstand organisiert, Krömele bauen und relativ viel Geld zusammengebracht in der kürzesten Zeit. Das zeigt mir auch, dass Jugendliche nicht nur konsumieren wollen, nicht nur Probleme haben oder machen, sondern es gibt einen ganzen Haufen andere. Es ist schon wichtig, dass man diese wahrnimmt und auch gegen Aussetreten. Also, Event, Engagement, Plausch natürlich auch. Das ist jetzt ein Geilmecken, oder? Genau, das ist im Boom. Ja, ja, ja. Also, weisst du, wel bestimmt Witzbrocken, dass das gemacht wird? Wird das mit der Hand gemacht? Oder wird man sanft lenken? Oder wie geht das? Man wird dann sicher sanft lenken. Mehrheit ist eben, dass die Jugendlichen in den Bedürfnisanalysen ihre Sachen hineinbringen. Bisher auch zu Öffnungszeiten, wenn man sie anpassen oder ändern muss. Aber es gibt natürlich auch Grenzen. Ein grosses Thema war, wo junge Paintball spielen wollten. Und dann muss man natürlich anschauen, wo sind die Grenzen. Und dann kann eine Jugendkommission vielleicht noch etwas dazu sagen, was will man und was will man nicht. Also, es gibt dann schon Grenzen, wenn es eben um so Kriegsgeschichten geht oder um Sachen, die einfach im Allgemeinwohl vielleicht nicht sehr förderlich sind. Wobei, ich muss sagen, Paintball hätte man das eh wohl machen wollen. Ich glaube, es hat Männer eingehen und so weiter. Also, es ist etwas anscheinend noch Interessen erweckt. Jetzt, Senwald gibt es natürlich auch etwas, nehme ich an. Genau, Senwald ist... Da bin ich zum Suchen, findet ihr das Senwald irgendwo nicht? Das hinterstehinde ist wahrscheinlich ein Betz. Der Jugendtreff ist dort. Ah, da, ja genau. Da, da, ja genau. Ja. Auch, ja, Weigen ist auch noch, gell? Also, Weigen hat es auch noch so... Das ist ein Kalbblatt oder es hätte so einen Generationenanlass gegeben mit einer Podiumsdiskussion. Also, da ist dann auch, da hat sich die Jugend auch eingebracht, gell? Irgendwie. Das ist richtig. Wir wurden auch angefragt, um etwas zu sagen, weil es, glaube ich, um neue Medien ging. Eben, Tablets und Handy. Genau, genau. Smartphones, Tablets, Internet, genau. Genau, ja, ja. Und dort haben wir jetzt auch mit der ProSenecdoute angefangen. Einmal im Jahr gibt es jetzt den Kurs für Senioren. und dort haben wir im Oktober das erste Mal sehr erfolgreich gerade während der Weigenzeit durchgeführt. Das ProSenecdoute einladen, kann man sich anmelden, zehn Senioren, zehn Seniorinnen und jedem Senior, jeder Seniorin wird der Jugendliche zugewiesen und sie können dann explizit Fragen zum Handy stellen. Die Jugendlichen werden aufgeteilt, die Android oder andere iPhone und dann die ganzen Herren und sagen, dass das funktioniert. Und das ist dann auch dir unterstellt? Auch die Schule ist Sozialarbeit? Es ist noch einmal ein anderer Bereich, die Schulsozialarbeit. Es ist nicht darum, mit neuen Medien geht ihr auch in die Schule? Genau. Also fünfte, sechste Klasse Oberstufe? Richtig, richtig. Und die Schulsozialarbeit ist auch uns unterstellt. Sie war von Anfang an beim COI dabei, das war damals auch, wo man Peter Sutter als Lehrer sehr wichtig sah, dass es unabhängig von der Schule ist. Dass es dort relativ eine neutrale, mindestens personell angestellt ist. Die Schulleiter haben natürlich, eben inhaltlich sind die das, die vorgehen, was soll gearbeitet werden, in welchem Bereich. Das personell sind es bei uns unterstellt. Und inzwischen, die Schulsozialarbeit war sehr steigend. In der offenen Jugendarbeit ist stagniert, was die Stellenpensen angeht. Und die Schulsozialarbeit war immer steigend. Inzwischen haben wir sieben Jugendarbeitende und sieben Schulsozialarbeiter. Und wenn man ehrlich ist, wirst du nicht mehr der Weg zu denken, als Unterstützung natürlich, was sehr wichtig ist. Absolut. Absolut. Und ich denke auch, man nimmt der Schule dort nichts weg, dass sie manchmal auch so befürchtigen, dass man Sachen übernimmt, weil die Lehrpersonen machen müssten. Und dort ist klar, es wird wirklich trennt, dass man wirklich für den Sozialbereich, wo die Lehrer nicht zuständig sind, vielleicht auch nicht die Fachpersonen sind, aber es wird immer gemeinsam mit den Lehrpersonen. man kann nicht einfach delegieren und sagen, ich schicke ihn zur Schulsozialarbeiterin und dann kommt er wieder fertig, gut zurück und dann kann ich weiter arbeiten. Es ist ein Prozess, in dem die Klassenlehrperson sehr wichtig ist. Ich habe es tatsächlich gefunden, es hat lange herumgehäuselt. Also, einen Ausblick Seenwald. Und da gibt es auch immer Programme natürlich. Es hat jetzt über Seenwald jetzt relativ wenige Bilder drin, aber da sehen wir eins. Hoppla. Was ist das genau? Das ist ja Kicktraining, ist das? Ja, die machen immer wieder, wenn sie neue Ideen haben, dann tun sie wieder selber etwas. Das ist im Jugendtreff im Seenwald. Seenwald ist Christoph Peter zuständig, der Östreicher bei uns, seit zehn Jahren Jubiläum hatte. Es sind international. Liechtenstein, Österreicher, Deutsche. Genau. Das Team ist sehr vielfältig, auch vom Alter her. Und sie sind von überall. Wir haben gleich viele Männer und Frauen und von den Ausbildungen ganz viele verschiedene Hintergründe. Das ist natürlich noch wichtig und bereichernd. Man kann so ... Weisst du, wenn ich im Seenwald im Berufsschüler war, der war Schützenmeister beim Kickboxen. Darum habe ich gedacht, aber ich sehe ihn jetzt nicht. Er hat damit nichts zu tun. Aber es kann sportlich sein, die Events sind wirklich sehr, sehr vielseitig. Und da müssen wir uns einfach schon noch mal zeigen, damit wir ihnen wirklich alles zeigen können. Books haben wir natürlich sehr, sehr viel. Wir warten, ob ich das iPad noch einmal und so weiter. Books haben wir wirklich sehr viel. Hier haben wir wirklich sehr viele Sachen. Hier haben wir z.B. und so weiter. Was machen sie da? Da sind sie irgendetwas da? Das ist alles Meitlertreff. Hier haben sie miteinander nicht mehr. Also es ist ein Trend, Meitlertreff, Bubentreff. Bubentreff haben wir noch nicht, aber es ist ein Jahresziel, dass wir wirklich auch wieder auf diesen Aspekt mehr eingehen. Aber du denkst, wenn so viele Meitlertreffen sind, sind Buben doch auch nach. Aber nein, es drückt. Es drückt. Es gibt eine andere Dynamik für gewisse Sachen und Themen, macht es nach wie vor Sinn, wenn man sie in diesen Bereichen trennt. Es ist schon in den Treffs. Buben treten natürlich anders auf. Die nehmen hier Raum ein, die sind laut, die gehen in die Musikanlage und die Mädchen müssen sich dort den Platz sicher noch etwas erkämpfen. Da sollten sie auch gestärkt und gefördert werden, dass sie genau das dann auch bekommen. Ah, und da ist es das Kinderanimationsteam. Das ist ja genau dein Metier. Genau. Da könntest du auch alles machen, oder? Da mache ich den Kursgang zu den Mädchen und zeige ihnen, wie sie die Ballone machen. Das war jetzt gerade so ein Workshop, den wir gemacht haben für diese Gruppe, dass sie diese 5-6 Figuren machen. Ja. Und die machen sie jetzt selber. Die kommen selber an die Party nach ihrem Material mit. Schmink, Koffer, Ballone und dann braucht sie uns dort nicht mehr. Ist der Zugang der gleich geblieben, trotz grauen Haare? Weisst du, in den letzten 17 Jahren? Kommt man die Jugendlichen her, egal wie alt man ist? Früher habe ich immer gedacht, mit 40 spätestens es ist Feierabend. Aber das ist überschritten, Erstens habe ich überschritten und dann habe ich es Monika Schwendener, die so nahe bei den Jugendlichen ist. Zum Teil recht anwaltschaftlich, nach wie vor ist. Mit dem Alter hat es nichts zu tun. Es hat wirklich mit dem Interesse zu tun und natürlich auch mit der Präsenz. Ich merke schon dadurch, dass ich nicht mehr nur die 30% mit den Jugendlichen direkt schaffe, bin ich schon nicht mehr ganz so nahe dazu, wie jemand, der 80 oder 90% in der direkten Arbeit ist. Also ein riesiges Werk, das du zusammen mit anderen auf die Beine gestellt hast in den letzten 17 Jahren. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, von der Wertschätzung her, wenn man dann wieder Finanzen sprechen muss, dies jenes, es ist nach wie vor, es wird sehr sehr wertgeschätzt, aber wenn es um die Finanzen geht, ist es manchmal eine harzige Sache. Ja, ich sehe es durchaus. Ich will nicht gross, aber das Buchs kann mich wirklich nicht beschweren. Ich denke, dort sind wir auf einem guten Stand. Ich finde, gerade was die Stellenprozente angeht in den anderen Gemeinden, denke ich, wir sind eher auf einem tiefen Niveau, also dort sind wir mit 40 Stellenprozenten, ausser den Grabs mit 56 und dort finde ich schon, könnte man jetzt langsam noch ein bisschen Ausbau machen. Die Wertschätzung ist gross, also das Geheu wird respektiert, wird anerkannt, man weiss, was es ist und es wird geschätzt. Dort habe ich gar keine Mühe. Es stimmt, wenn man natürlich wieder etwas Neues will und es braucht viel. Der Jugendpark, wo es jetzt als Buchs initiiert haben, das ist vom Jugendrat aus gegangen, den wir ja begleiten, das ist ja ein riesiges Projekt mit einem Gesamtvolumen von knapp 230'000 Franken. Und das ist klar, dass dort eine Stadt nicht kommt, juhui, machen wir sofort, zahlen wir. Und es hat lange, lange gebraucht, bis jetzt ein Drittel haben sie zugesechert, dass sie das brauchen. Das ist aber über Jahre rausgegangen. Das war ein riesiger Prozess, wo man am Anfang gedacht hat, man bremsen. Und das ist schon etwas, was ich merke, vielleicht eine politische Geschichte ist, aber auch etwas erwachsene Sache. Dass man zuerst einmal bremsen und sieht, nein, 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 und dann schaut und hoffen, dass es dann verschwindet und falls es dann wieder kommt, dann schaut man halt wieder. der Jugendpark, die Jugendlichen sind halt gekommen und gekommen und gekommen. Die mussten zehnmal kommen und jetzt sind es aber soweit, dass sie konnten. Das Ziel ist, dass sie im Sommer eröffnen, dass sie jetzt bauen, im Frühling anfangen. Das ist ja gut. Sie haben auch gezeigt, dass sie einen langen Schnauf haben. Genau, genau. Und das Zweite, was mir dazu fällt, früher hat sich heute mal eine Anfrage gegeben, kannst du eine Moderation, kannst du es vermitteln, kannst du einsehen? Auf einem Pausenplatz, vor allem am Abend, ging es krutig zu und her gegangen. Bei der evangelischen Kirche in der Buchsdienst hat er mit den Brettchen steigen runtergefahren, nachgebunden, reklamiert und so weiter. Und das hat sich alles wirklich geleitet. Und das ist wirklich dank der Jugendarten. Man kann vielleicht nicht genug wertschätzen und denken, was man jetzt hat. Man sieht manchmal das, was man jetzt wirklich hätte und noch gearbeitet hat. Nicht mehr so. Und ich denke mir auch darum, das wäre mein Credo, dass man sich schon bewusst sein, dass man das Geld, das man jetzt braucht, auch wirklich aufwerfen und zu dem stehen müsste. Und nicht jedes Mal in einer solchen harzigen Sache. Schulische Sozialarbeit, man sagt es nicht wo, wird mal abgeschafft, jetzt soll es wieder kommen und so weiter und so fort. Also einfach da, die ganze Kostenoptimierung kann unter Umständen auch hinten raus abgehen. Absolut. Und es sind halt nicht gebundene Kosten, das sind Pösten, die man streichen kann. Und wenn es dann halt um streichen geht, oder um erhöhen oder nicht erhöhen, sind wir sicher eine Poste, die jetzt nicht gerade favoritisiert wird. Und dort finde ich schon, es kann sich ein Stück weit durchrehen durch die Gesellschaft, wenn man das nicht vernachlässigt. und im Moment sind wir im Werderwerk auf einem guten Weg. Ich muss wirklich. Und wir zwei waren ja auch keine Heilige. Haben uns jenes machen können, ich denke manchmal, was wir alles machen konnten, was wir alles machen konnten, wo man auf einmal nicht mehr machen konnte. Oder wenn wir zum Beispiel so denken, wenn sie jetzt Parkour machen, dann werden sie schon schräg angeschaut, dann sind sie noch raufklettern und so. Und dafür sind sie fast anwaltschaftlich unterwegs, um die Sichtweise der Jugend dort hinein zu transportieren, wo sie überwichtig wird, dass man sie akzeptiert. Genau, und es geht so. Mit den Parkour-Leuten direkt haben wir nicht einmal so viele Kadervermittlungen, aber dass man mit Hauswehr geredet hat, mit der Schulbehörde, was die überhaupt tun und was das geht. Und nicht, dass sie ein bisschen Verständnis haben. Das heisst nicht, dass sie sich auf alle Dächer lassen haben, aber dass sie mindestens einmal merken, um was es den Jugendlichen ist und dass das auch Jugendkultur ist. Und auch, das ist ja wirklich auch ein Sport. Also das ist ja nicht einfach nur irgendetwas am Blödsinn, was sie dort gemacht haben. Da gibt es blödere Sachen. Und das hat sich schon verändert. Ja, absolut. Die Jungen, eben, es ist schon ruhiger geworden, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich spüre sie nicht mehr. Nein. Manchmal spüre sie zu wenig. Das hätte ich auch noch wieder sagen. Nein, das stimmt. Ich finde, sie dürfte noch ein bisschen mehr Gas geben. Und ich weiss nicht, ob wir sie ruhig stellen mit Handys, mit Tablet, mit irgendetwas. Oder wo das dort ist. Denn Möglichkeiten hätten sie. Ja, ich denke, wären da auch. Ja, wie gesagt, nach 70 Jahren kann man immer noch überdenken und vielleicht auch ein bisschen mehr Mut machen. Unter Umständen auch, dass man sagt, dies und ich sollte wirklich möglich sein. Die Region hat sich auch sonst brutal entwickelt. Also wenn man es als Multikulti und so anspricht. Man hat nicht 193 Nationen da, aber sicher locker 40, 50 Nationen da, wenn man genau anschaut. Das ist zum Teil von Gemeinden zu Gemeinden ein bisschen unterschiedlich. Wie geht denn das? Merkt man das? Ist das ein Problem, in den unterschiedlichen Gemeinden eine andere Zusammensetzung oder merkt man da nicht viel? Man merkt das schon. Man merkt, dass sich die Jugend aus verschiedenen Gruppierungen zusammensetzt. Aber es kann natürlich nur schon sein, Buxer, die auf Grabs gehen. Aber man spürt auch immer wieder unter den Nationen, wo es Schwierigkeiten gibt. Und da gibt es so Wellenbewegungen. Aber in den letzten 17 Jahren hat sich das für mich nicht merklich verändert. Sondern es ist immer schon so gesehen, wo die ersten türkischen Jugendlichen oder ex-yugoslawischen Jugendlichen da waren. Es hat schon ein bisschen angefangen. Und in den Gemeinden spürt man es natürlich schon, dass das Oberschan oder Frümse vielleicht ein bisschen anders ist, als in Sevelen oder in Bux. Und es erfordert dann auch etwas anderes. Es ist ja so, in der Jugendarbeit. Man könnte noch ewig darüber reden. Aber vielleicht, wenn ihr mal so etwas auf die Jugendlichen anschaut und denkt, was ihr alles machen könnt, was die Jugendlichen wohl nicht machen können, wie wenig Verständnis, was man für ganz kleine Säckchen hat. Ich sage nochmals, ich bin bald 65. Wir sind damals auf der Buchsenbahnhofstraße Erfangenis gemacht. Wir haben wahrscheinlich manchmal in Ruhe gebrochen. Wir sind über Barriere durchgestiegen, von drei Jahren her zu Buchsen, damit wir nicht spät in die Schule gekommen sind. Und so weiter und so fort. Und damals war das alles möglich. Und dann gab es eine Zeit als ich als Erstlehrer war, wo ich das Gefühl hatte, es sei einfach alles verboten. Die Jugend hatte überhaupt keinen Platz mehr. Und natürlich steckt es kein Geissen weg. Wenn die Jugendliche keinen Platz mehr, dann macht sie irgendjemand und versteckt ihnen etwas. Dank der Jugendarbeit, vielleicht auch darum offen, vielleicht auch nicht darum offen, ist es jetzt offen, etwas klar, was sie machen können und was man machen sollte. Und die Jugendarbeit ist sicher auch anwälshaftig unterwegs, mit einem riesigen Engagement, das uns allen wirklich etwas bringt. In diesem Sinne, Markus Böchle, würde mich interessieren, deinen grössten Wunsch, den du jetzt noch hättest, ist an uns alle, an die Toleranz, ein Verständnis für dich selber. Also jetzt natürlich in deiner leitenden Funktion. Für mich ist es einfach wichtig. Der grösste Wunsch ist die gegenseitige Offenheit. Und ein Stück wie die Toleranz. Und das heisst nicht, dass man alles gut finden muss, was die Jugendlichen machen, aber ein Interesse. Mindestens, warum macht ihr das? Ja, genau. Und dann kamen wir in ein Gespräch und vielleicht öffnet das am einen oder anderen Tag. Vielleicht gibt es ein bisschen Verständnis dafür. Vielleicht findet man es nach wie vor. Aber man weiss wenigstens, hat sich interessiert für das Gegenüber und was seine Motivation ist für das. Und das Verständnis, hast du das Gefühl, das hast du mit deinem Team zusammen in den letzten 70 Jahren erreicht? Jetzt sind wir im Alltag daran arbeiten. Und wir würden weiterhin daran arbeiten. Ja, genau. Also ich denke, das ist nicht irgendwann erreicht. Das kommen neue Jugendliche nach. Wir haben neue Erwachsene und das Verständnis wird immer wieder geschaffen werden. Ja. Ja. Ja.